ja hallo lieben christian schon mal ein paar der produkte und psychologe und so weiter und so fort ja wie schon angedroht ich gerade ein bisschen mehr beschäftigt deswegen wahrscheinlich etwas geringere videofrequenz nächste woche auch aber ja heute ich mir wieder am start beantworte einige dating fragen du kannst auch solche fragen stehen aber ein formular auf liebeschiff.de was man hier in diesen fragen wieder sieht dass ich ich weiß klar man will immer jeden euro sparen aber kann immer wieder raten auch wirklich meine äußerst günstigen kurse zu machen weil das sind auch wieder ich meine beantworte gern die fragen aber die würden sich teilweise einfach nicht stellen wenn man sich da die mühe machen würde aber gehen wir einfach mal rein genau genaue nachricht von kachinkola und sie schreibt ich schäfte mich auch mit psychologie hallo christian vielen dank für deine arbeit und die ganzen impulse aus den folgen ich bin sehr begeistert von deinen straighten aussagen die helfen mir sehr um ein hateres mindset zu bekommen aktuell hadere ich mit bestimmten dating situationen insbesondere wenn der mann sich unandeutig verhält und mir nicht klar äußern kann was er will oder die dinge irgendwie keinen sinn ergeben vielleicht fehlt mir einfach noch die übung umgang mit diesen situationen ich habe einfach mal ein paar fragen raus vielleicht hast du den anderen tipp für mich wie schaffe ich jetzt in dating situation ein kühleres mindset zu entwickeln nach dem motto passt nicht nix ohne mich selbst zu verstellen ja scheinern als und die raker modul 1 das ist immer wieder sagen muss ist die grundlage meiner arbeit ist eigentlich sträflich nicht zumindest diesen kurs zu machen wenn ihr mal material folgt weil das ist einfach die absolute basic meine haupt aussage weil in dem moment wo du stern als und die raker hast ergibt sich das von selbst es werden die raker gebrochen ein deal breaker oder viele wichtige standards werden gebrochen und dann gehst du eben fertig und dass du machst es eben also das ist ich kann auch noch mal sehr wichtig so ein glückskurs ans herz legen weil der auch noch mal auf eine ganz andere art die art von arbeit die ich für sinnvoll halte ja einem näher bringt nämlich sich nicht so von irgendwelchen emotionen irgendwie abbringen zu lassen davon dass du dein leben lebt so ne und wenn date irgendwie die raker machst dann wird es eben abgeschossen fertig ne und wie übt man das indem man es einfach macht und immer wieder macht und feststellt die welt geht nicht unter und das ist eigentlich zu meinem besten und und dann daraus entsteht diese gewisse härte gegen situationen die einem nicht gut tun so ne und man geht eben nicht auf diese emotionen aber ich finde ihn doch hot und ja und er hat auch ein boot und was weiß ich oder was auch immer man da irgendwie interessant findet sondern ja man es gibt so gut sozusagen bestimmt also also wie beim aktien handeln auch oder so ne also es ist du setzte bestimmte ziele und die ziele werden verfolgt also wenn die aktie was weiß ich zehn prozent verliert dann wird sie verkauft fertig nicht auch wenn ich auch wenn du sie gefällt dir die aktie ist du hast dir sozusagen ein stop loss gesetzt die raker ist auch wie sonst stop loss und ja und das wird eben durchgeführt fertig ne und klar muss man das üben aber man übt es indem man es tut ne auch sehr ans herz legen wenn ihr schwierigkeiten habt kleines bisschen taffer und härter zu werden selbstbeordnungskurs habe ich auch einen neuen termin reingehauen was ist nicht genau ich glaube erste juni oder so geht die nächste gruppe dann los ja kann ich auch sehr ans herz legen genau ich bin eher von der sorte zu gutes herz und habe keine lust mich noch im privaten mit so viel negativität zu umgeben ist es reine übungssachen begegnen mit anderen personen den robert betchen arsch engel ja es ist reine übungssache absolut deswegen ja natürlich kann sie auch oder sollte man sich auch mal im inneren kind beschäftigen aber letzten endes ich bin großer fan des inneren erwachsenen und des inneren oberhaupt was einfach sagt ja inneres kind am arsch hier dann bist du halt mal frustriert jetzt gerade wie ich kümmere mich mal später um dich aber jetzt muss erst mal die situation hier beendet werden also ich bin wirklich ein großer fan davon den inneren erwachsenen ans ruder zu lassen der einfach sachen regeln fertig ne so was befeuert konkurrenzdenken in dating phasen bei welchen red flags sollte ich in diesem zusammenhang direkt weiter ziehen ja ist wieder staats und die raker ich weiß nicht nur was mit konkurrenzdenken meins ach so jetzt kommt glaube ich noch letztes jahr habe ich mich mit therapeutischer unterstützung aus einer stark manipulativen beziehungserfahrung rausgelöst seitdem bin ich vorsichtiger geworden kann auch viel schneller aussortieren weil ich merke welche musste anspringen und nicht ein zweites mal durchleben möchte ja das musst du einfach weitermachen dennoch ziehe ich überwiegend autonome typen an nicht ganz so manipulativ immer noch arschniveau also steht hier so die sich nicht committen wollen sich vor nichts unter druck gesetzt fühlen oder mich als konkurrentin sehen super anstrengend und traubt einfach sehr viel energie ja ich meine ich red ja auch mal gerne mal viel von anführungsziehungspunkten weil es so die softere ausdrucksweise ist sag ich mal vielleicht auch nicht immer zu sehr nerven aber letzten endes die gruselige wahrheit ist du suchst aus du suchst diese männer aus also es sucht nicht das universum für dich aus und also zumindest in aller regel mache ich auch mal begegnungen geben aber selbst dann kann man also du suchst aus ob zu diesen menschen weiter der ist oder nicht du suchst diesen typ von männern aus und muss sich da mit dem rumschlagen so ne und das ist eine realität die man nicht anerkennen will weil man muss irgendwann mal anfangen andere menschen zu daten gesagt auch dazu mehr meinen dating kursen also wie du was du da genau für neue muster anlegen kannst irgendwie aber das ist der springende punkt man versteht es irgendwann schon ich glaube auch dass du vieles hier schon verstanden hast das ist auch super aber man man will immer noch nicht neue menschen weil es sich irgendwie einfach unwohl anfühlt oder vielleicht findest du die auch polarer hier ich weiß es nicht aber man muss irgendwann mal sagen ich kann nicht immer den gleichen typ mandaten und andere anderen ausgang erwarten das funktioniert aber nicht mehr also dass das erlebe ich immer wieder auch beruflich privat dass dann mich leute fragen was was kann ich denn machen ich mache immer die gleichen negativen erfahrungen ja mach daten date date jemand anders nein 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 das nein aber was kann ich machen mit dieser person nicht nein das geht nicht das geht nicht es geht nicht mit der person es passt aber nicht und wirst immer die gleichen negativen erfahrungen machen und dann kommen sie nach zwei Monaten wieder die gleichen fragen und ich soll ich habe das gleiche sagen es ist die fucking falsche person nein nein weiter delten weiter aber so ich weiß ich habe das früher auch gemacht deswegen erst mal so einen abstand dazu hat findet man das teilweise kommt mir darauf klar ist aber man hat es vielleicht selber früher auch gemacht also ich kenne das auch dass man eigentlich weiß man es aber will unbedingt noch eine runde noch eine runde und das ist aber ich kann euch allen sagen wenn ihr da raus seid ihr könnt das kommt noch aushalten wenn menschen das machen weil das ist ja das ist was ich finde jemand die ganze zeit mit dem hammer auf die hand haut und ja und jemand fragt was soll ich denn machen ja nimm den hammer weg irgendwie und nee ich gucken nee nee nein und wieder zweite runde wieder mit dem hammer auf die die hand gehauen die ganze zeit tut wieder weh was soll ich denn machen nimm den hammer weg nein es ist wirklich also wenn man da müssen abstand so hat findet man das einfach nur noch crazy aber ich verstehe ich weiß wie das ist wenn man da drin steckt also alles gut so also du suchst aus ich finde es enorm wichtig sich austauschen zu können und themen ansprechen zu dürfen ohne dass man gegenüber direkt das ist mir zu kompliziert du bist zu sensibel du denkst zu viel nach du bist wie meine mutter dann haben wir halt kein sex damit ich nicht als arsch abgestempelt wer der zurückschlägt jedes wort auf die goldfall gelegt und gekränkt reagiert ja du hättest immer die gleichen menschen das sind nicht alle sind nicht alle männer so kann ich dir sagen es sind nicht alle männer so du datest immer den gleichen typ und machst damit immer die gleichen erfahrungen das ist die gruselige realität leider also ich kann es dir nicht anders sagen und ja es gibt super viele davon ich würde auch sagen also ich ich habe da keine wertung oder so ne aber beim slr reden die immer von sicheren und unsicheren menschen und die meisten menschen sind unsicher habe ich jetzt in x-videos schon erklärt lasse ich nochmal erklären aber die meisten menschen gehören zur kategorie unsicher und das ist jetzt keine wertung es ist einfach wie es ist wir sind alle auf dem weg als menschheit und sondern bewusstheitsentwicklung und der eine ist da und der andere ist dort und sagt das gras wächst auch nicht schneller wenn du dran ziehst irgendwie so ne äh und jeder braucht halt seine zeit und das ist total okay nur du musst sind verdammt nochmal nicht unbedingt daten ne darfst andere männer daten dann gucken wir in deiner friendzone oder was also du kennst definitiv männer die anders sind die hast du aber bisher nicht gedatet ne und das ist ja so typischer bindungsängstler oder bindungsvermeider spreche so ne kannst du auch mal die übersetzungsvideos angucken die hat mir mal so eine reihe gemacht dabei spreche ich dinge zwar klar aber sehr bedacht an ja nächste irrtum also das glaube ich so sofort nächste also dass ich meine du bist jetzt auch in so einer phase wo du sachen umsetzt das merke ich und dann schößte auf noch mehr probleme weil es immer noch die gleichen leute sind und du jetzt aber nicht mehr so handzahm bist das heißt du sagst jetzt ist nervt mich wie du mich als date behandelt du hast aber jetzt noch einen großen irrtum was ist der große irrtum das video stoppen drüber nachdenken was ist der große irrtum dass dieses reden irgendwas nützen würde es nützt fucking gar nichts wenn reden was nützen würde also wenn reden hier in diesem fall was nützen würde dann wenn das ganz andere dating situationen also dann wäre es ganz anders aber es nützt eben nichts so so und ja also wie gesagt wenn wenn du mit denen reden könntest mit deinen dates dann wären es ja andere dates irgendwie ne also das bringt nichts also es ist ein guter versuch aber es sind immer noch die gleichen menschen die werden dich nicht anders daten nur weil du es ansprichst und ganz im gegenteil ist gerade die art menschen die dieses feedback gar nicht haben wollen und dann genervt reagiert das heißt aus dem ego reagiert und da beißt sich die katze in den schwanz deswegen nützt das nichts jedenfalls triggern diese menschen immer dass du machst mich klein in mir ja ich sag ja du hättest immer die gleichen menschen und dann wird mein widerstandsgeist von früher aktiviert habe das gefühl meine grenzen verteidigen zu müssen absolut richtig date ist immer den gleichen typ menschen es gibt männer die machen das nicht ne und dann wiederholst diese alte dynamik ne sich verteidigen zu müssen weil ich mich unfair behandelt und missverstanden fühle und dieser kampf ist aussichtslos weil der mann wieder mit du bist sensibel zurückschießt ja du machst nichts falsch date ist einfach nur die falschen menschen ne eine sehr gute dynamik die daraus entsteht und ich auch nur aus dieser konstellation kenne natürlich früher von vater großer bruder ja wie aus dem fucking lehrbuch auch mit der geschwister konzentration kann ich komplett nachvollziehen ich glaube also gerade großer bruder große schwester spielt vielleicht manchmal viel größere rolle als die eltern sogar ja mir fehlt für diesen glaubens dass das richtige werkzeug oder lautet die antwort ganz einfach grenzen setzen und beharrlich konsequenzen ziehen ja absolut und andere menschen daten vor allem was hindert mich daran ist einfach zu tun deine gewohnheit also oder man kann psychologisch sagen manchmal auch wiederholungs zwang also ja aber ich würde es eher sagen wiederholungs zwang ist ein negatives wort du fühlst dich wohl auf eine schräge art wohl mit dem vertrauten und das da haben wir alle mit zu kämpfen die sich eine liebe chip umprogrammieren wollen und ja du kannst natürlich weniger aufregen aber erinnert nichts daran dass es die falschen menschen sind manchmal habe ich den eindruck dass manche männer echt ein problem damit haben wenn man stark und emotioniert ist oder einen akademischen abschluss hat ja dieses gepiekse und dieses runtergemache das machen auch die falschen frauen für männer die die zu mir kommen also dass ich glaube nicht dass es jetzt an männern liegt sondern an diesem typ man und es gibt auch diesen typ frauen so ist es nicht das ist halt dieses kritisieren das ist ja immer dieser toxische 33 sprung love bombing kritik abschluss und kritik kommt natürlich viel früher wenn du grenzen setzen aber gut vielleicht kommen manche männer auch nicht mit dem erfolg klar das kann schon durchaus sein aber auch da gibt es wenn das nichts ausmacht also ich muss ganz ehrlich sagen also ich konnte das also ich persönlich ich weiß dass es so ist dass viele männer nicht klarkommen ich kann es für mich persönlich null nachvollziehen also eine frau erfolgreich ist doch total cool also ich kann es wirklich nicht verstehen sprich wie gehe ich souverän mit der hinsituation und wenn der man grenzen überschreitet respektlose äußerung der hätte ich mit abwertet die raker abschießen next gar nicht umgehen beenden also natürlich locker beenden ohne filtrera sagen ich gehe jetzt nach hause ich nicht wieder melden fertig du wirst sie nicht ändern wie geht man mit der frage um alles auch wieder interessant jetzt hier da ist so parallel wenn jemand mit seinen dating sprach wer macht sowas also ist ja schon so eine sache parallel zu daten aber gut das machen halt leute ist halt online da wird halt parallel gedatet aber wo muss man damit angeben ist nicht so wie ich sofort abschießen die männer sofort wirklich eben ich weiß nicht also du hättest definitiv mit schimmtypen mann jeder darf bitte sein datingkonzept leben jedoch mit wertschätzung und ehrlichen interesse hat das für mich wenig zu tun wie soll man sich auf eine person einlassen und prüfen ob die zu einem passt wenn man sich mit x bei den anderen personen trifft ja aber das ist die fucking realität ich habe die welt nicht gemacht und dann darfst du nicht online daten tut mir leid das erschließt sich mir nicht aber gut vielleicht bin ich einfach zu oldschool ja gut das denke ich jeden tag und einmal sich einfach zu oldschool bin für diese welt aber nun bist du noch mal hier jetzt und versuch das beste draus zu machen nur wenn ich ihn schon frühzeitig darauf anspreche dass ich nichts lockeres suche dann finde ich erst nicht fair mir gegenüber oder liege ich da falsch naja also solange ihr nicht exklusiv seid gefällt es dir vielleicht nicht aber kannst es auch nicht unterbinden so ne also na dann und das also wenn man sieht wie schwierig dating ist dann kann ich auch verstehen dass leute dann manchmal parallel daten und ja das führt dazu dass man niemand findet ich sage auch nichts anderes aber dann muss man halt sich warten bis das date vielleicht bis es so an richtung körperlichkeit geht und dann muss man halt exklusivität vereinbaren und beten dass es eingehalten wird oder halt nicht online aber dass das darf natürlich trotzdem unangenehm sein oder hilft auch nur worte tatencheck und das nachhaken womit sich die person konkret befasst bücher nee das wird nicht viel nutzen also ich kenne leute die sich oder ich lese von leuten die sich ganz viel beschäftigen mit psychologie nicht trotzdem so was ich da kennengelernt habe von denen ja sehr schwierig finde also das allein hilft auch nicht viel das am besten ist wirklich die innere arbeit und das heißt für dich leider andere typen er werden sorry für die ich überbringe nur die nachricht besten dank und viele grüße ja dank für deine schöne mail hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen macht die fucking kurse und wir sehen uns dann den nächsten wieder